Liebe ist, wenn man mit dem Partner lacht und weint, wenn man in guten und schlechten Zeiten zueinander steht. Liebe vermittelt Kraft. Liebe ist, wenn man nicht nur sich selbst, sondern auch dem Partner gegenüber immer ehrlich ist, in dem man immer zur Wahrheit steht. Liebe vermittelt Wahrhaftigkeit. Lieber Schatz, ich liebe dich von ganzem Herzen. Dafür, weil ich mich bei dir geborgen fühle. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich liebe dich für deine Art, mich durch das Leben zu begleiten. Hallo Schatz, durch Ehrlichkeit, Liebe und Stärke wurde am heutigen Tag aus einem du und ich ein wir. Und nun gehen wir gemeinsam durch die Zukunft. Ich liebe dich. Ich frage Sie, Frau Verwundersport. Ist es Ihr freier Wille, mit dem Ihr hermessenden Herrn Udo Emmerich die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Nun frage ich Sie, Herr Udo Emmerich, ist es Ihr freier Wille, mit der hermessenden Frau Sabine Scott die Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. 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 Nachdem Sie beide meine Frage mit Ja beantwortet haben, haben Sie die Ehe geschlossen und ich erkläre Sie hiermit nun Kraftgesetzes zur rechtsmäßig verbundene Ehe. Untertitelung des ZDF, 2020